Das Brexit-Drama ist in Großbritannien auch ein teils erbittert geführter Machtkampf zwischen Regierung und Parlament. Als Gegenspieler der Regierung kommt dabei Parlamentspräsident Berkow eine gewichtige Rolle zu. Denn er legt die ungeschriebenen Regeln der ältesten Demokratie der Welt aus. Heute Nachmittag hat Berkow in dieser Funktion Premier Johnson eine weitere Niederlage zugefügt. Johnson darf seinen mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Deal heute nicht noch einmal zur Abstimmung stellen. Und wieder einmal sind alle Augen auf ihn gerichtet, Parlamentspräsident John Berkow. Die große Frage im Vorfeld, lässt er heute eine erneute Abstimmung über den Brexit-Deal von Boris Johnson zu oder nicht? Denn bereits Samstag hatte der Premierminister sein Deal dem Unterhaus zur Abstimmung vorgelegt. Die Abgeordneten hatten ihn durch einen Änderungsantrag erheblich abgewandelt und dann über ihn abgestimmt. Und eine parlamentarische Konvention besagt, über ein und dieselbe Frage darf binnen einer Sitzungsperiode nur einmal entschieden werden. Trotzdem versucht es die Regierung heute erneut. Das Land schaut auf uns, Unternehmen schauen auf uns und auch die EU. Alle wollen, dass wir diese entscheidende Abstimmung heute im Parlament halten können. Und es wäre sehr sonderbar, wenn das wegen einer technischen Feinheit nicht möglich ist. Berkow aber hält sich an die Konvention. Meine Entscheidung ist, dass heute keine Debatte über den Deal stattfindet, denn das wäre eine Wiederholung und ordnungswidrig. Und so ist eine Abstimmung über Johnsons Deal wieder aufgeschoben, aber wohl nicht für lange. Denn heute Abend noch will die Regierung den Gesetzestext zu Johnsons Deal veröffentlichen und über den sollen die Abgeordneten dann morgen abstimmen. Plan B für Premierminister Johnson ist es, das für den Brexit nötige Gesetzespaket einzubringen. Im Laufe des Abends soll es veröffentlicht und voraussichtlich morgen zur Abstimmung gestellt werden. Meine Kollegin Annette Ditter zu den Chancen Johnsons, das Gesetzespaket durchs Parlament zu bringen. Ja, das könnte erst mal gelingen. Im ersten Schritt könnte er dieses Gesetzespaket als Ganzes durchs Parlament in der Tat bekommen, wenn die Labour-Rebellen, die bei Corbyns Linie nicht mitmachen wollen, auf seine Seite schwenken. Entscheidend wird dann aber der nächste Schritt. Und der dürfte Mittwoch oder Donnerstag anstehen. Da können nämlich die schon mittlerweile berühmten Zusatzanträge wieder an dieses Gesetzespaket angeheftet werden. Und Labour hat bereits erklärt, dass man mindestens zwei solche Zusatzanträge einbringen will. Den ersten, das ist der, dass man dieses Gesetzespaket mit einem zweiten Referendum verknüpfen will. Der hat aber wohl, stand jetzt, keine großen Aussichten auf Erfolg. Weit gefährlicher dürfte der zweite Antrag, der zweite Zusatzantrag werden. Und da geht es darum, dass man ihn zwingen will, dass die Opposition ihn zwingen will, in der Zollunion zu bleiben. Da sehen die Zahlen so aus, dass der durchaus durchkommen könnte. Und wenn das tatsächlich passiert, dann kann Boris Johnson seinen Deal eigentlich gleich zerreißen. Denn das bekommt er, vor allem beim rechten Flügel seiner Partei, niemals durch. Und das alles wird, wie gesagt, Mittwoch oder Donnerstag stattfinden. Wir können da im Moment nur auf Sicht fahren. Aber zumindest bis Ende der Woche wird man wissen, ob Boris Johnsons Deal überhaupt eine Chance in diesem Parlament hat. Oder ob er da endet, wo bereits Theresa Mays Deal gelandet ist, im Mülleimer der Geschichte. Und denkbar ist das. Und denkbar ist das.